ja willkommen in einer weiteren ausgabe just touch me mobile video podcast ich habe hier vor mir jetzt das akos 1 und 1 internet tablet endlich habe ich es auch noch ist es immer noch nicht flächendeckend in deutschland verfügbar das hier ist ein modell aus berlin und wir werden das akos 1 und 1 erstmal auspacken es kostet 299 euro wenn man die 8gb version nimmt und soweit ich weiß 349 für die 16gb version ich habe hier die 8gb variante und wir haben hier das netzteil ein usb kabel und hier die adapter für das netzteil ein englischer und ein europäischer das interessiert uns aber weniger wir wollen uns erstmal das akos 1 und 1 internet tablet ansehen wir haben hier noch da ist eine kurze leitung drin kostenlose mp3 garantie bescheinigung wie eigentlich bei jedem tablet und wir wollen ja sonst schnell das 1 und 1 ansehen holen wir es mal heraus hier ist also das akos 1 und 1 internet tablet es kommt mit einem 10 zoll display auflösung des 1420 mal 600 pixel und der touchscreen ist kapazitiv ähnlich wie beim ipad akos 70 galaxy tab und so weiter akos verbaut also nicht mehr die resistiven touchscreens die waren ja nicht ganz so gut wir haben hier außerdem eine webcam und da oben noch so ein ding das ist entweder ist das so eine maus oder das ist ein licht sensor müssen wir mal austesten gehen wir mal um was geht herum unten haben wir nichts weiter auch nicht aber hier in der seite haben wir die beiden buttons um die lautjekte zu legen power button headset ausgang ein usb 2.0 port hier bei micro usb ein sd kartenslot hdmi ausgang und hier den anschluss für das netzteil hinten andersrum haben wir zwei stereo lautsprecher und so ein kickstand und das tolle an dem kickstand ist dass man es nicht nur so hinstellen kann zum filmen gucken sondern auch ganz weit runter um darauf dann zu schreiben fürs ipad da schreibt man auch so am besten aber da muss man sich immer so ein case kaufen das dann 50 euro kostet hier ist das schon integriert das ist super von akos schalten wir es mal ein wir haben ja android 2.1 drauf noch im november will akos auf 2.2 updaten damit dürfte das tablet um einige schneller sein als es so schön ist aber noch ist das update nicht draußen wie gesagt im november müsste also jeden moment so sein wir haben hier außerdem einen cortex 8 prozessor drin der bei einem gigahertz getaktet ist das ist ein ähnlicher prozessor wie samsung galaxy tab ipad der streak so weiter die tun sich da nicht viel und ja wie gesagt 8 gb ssd ist jetzt drin und akos 1 und 1 ist nun gestartet na ist es schon da ja es ist schon da sieht sehr wie beim akos 70 aus dann gehen wir mal schnell in die einstellungen und schauen uns an ob es wirklich android 2.1 ist und danach gehen wir schnell ins wlan wo haben wir es wo haben wir es ich sehe es gar nicht da android 2.1 gut die softwarebuttons hier an der seite sind wie beim akos 70 es könnte ein problem sein dass bei ebookwidern oder einigen apps diese buttons hier die app überlagern das müssen wir uns noch ansehen und das wird akos sicherlich auch mit dem nächsten update ändern ich gehe mal eben schnell ins wlan rein wifi schnell passwort so jetzt sind wir wlan drin hier oben ist außerdem gerade ein firmware update available geworden das schaue ich mir aber erst hey geh hoch nachher an nach dem unboxing video wir gehen jetzt in den browser wo haben wir ihn? und da können wir jetzt gleich die tastatur testen ob man so gut schreiben kann jetzt haben wir ihn auch dann gehen wir mal auf touch naja hab ich ihn eh vergessen wenn man sich ein wenig daran gewöhnt kann ich mir vorstellen dass man somit vier fingern schnell schreiben kann das ist vielleicht sehr groß, aber für 10 Finger dafür reicht es nicht, würde ich mal sagen ja, ganz normaler Android Browser ist recht schnell, hier man kann recht schnell scrollen hier wird noch gerade ein bisschen Flash im Hintergrund geladen ab Android 2.2 wird dann auch Flash unterstützt, noch nicht wir haben hier auch Multitoucher Browser anders als bei einigen anderen 10 Zoll Tablets ja, sieht ganz gut aus, gehen wir aus dem Browser erstmal Accelerometer testen kippt er da er kippt das ist doch gut und hier funktioniert Multitouch auch und wir können uns nochmal die Blickwinkel ansehen also von gerade kann man hier alles perfekt lesen egal wie man es so hält aber oben und unten also jetzt zu den Seiten gerade da bricht es dann recht schnell ab, aber ich finde es gar nicht so tragisch einige haben Probleme mit dem Display gemeldet beim Arcus 101 bisher kann ich es noch nicht bestätigen bisher kann ich es noch nicht bestätigen ich finde das Display eigentlich recht gut man kann so von allen Seiten noch recht gut was erkennen aber das werden wir uns dann im Review genauer ansehen müssen wir können auch schnell die Galerie starten da werden die Standard Bilder von Arcus ist das jetzt ein Video oder ach das war die Einstellung das hier ist schon irgendein so ein Live-Feed zu sein mit Bildern aus verschiedenen Quellen Kamera, was schon drauf war vielleicht kann man auch Twitter äh mal einen Flicker hinzufügen aber ich will jetzt eigentlich in die Galerie ach hier bin ich auf Fotoframe gegangen deshalb ok hier haben wir also die Galerie hier funktioniert auch Multitouch das ist schön und hier nochmal die Blickwinkel da brechen sie bei nuclear im Hintergrund schon eher ab aber ich finde die Blickwinkel eigentlich trotzdem ok dafür dass man nur 300 Euro für ein 10 Zoll Tablet zahlt das ähnlich gut wie das iPad ist wir können uns nochmal einen Aldi Co-Reader ansehen das ist ein E-Book-Reader da greenen wir mal und schauen uns ein Buch an ja hier wird auch wieder ein bisschen abgeschnitten ich hoffe man sieht das im Video dort am Rand durch die Software-Buttons da muss Argos wirklich was ändern wir können mal kurz umdrehen hier wird jetzt nichts mehr abgeschnitten das ist ganz gut und so kann man auch besser lesen eigentlich ich denke zum E-Book lesen wird das Argos 1.1 ganz gut sein es ist übrigens recht leicht leichter als das iPad würde ich mal sagen entsprechende Vergleiche kommen auch noch wir starten mal eben ein Spiel Raging Thunder ich ich das das eu getting also ich das da war ich gerade ziemlich schlecht ja, das war also ein Raging Thunder, ein 3D Game wir werden uns noch andere ansehen im Verlauf der Videos und wir werden auch noch den Google Market installieren denn wenn man hier sehen kann, es existieren keine Google Maps äh, keine Google Maps, YouTube, Gmail, Field und so weiter Market ist auch nicht da, aber den kann man einfach nachinstallieren das funktioniert genauso wie beim Arcos 70 und wie bei den anderen neuen Arcos Tablets das werden wir dann machen man wird hiermit übrigens HD Videos in 720p abspielen können sämtliche wichtigen Codecs sind vorinstalliert man wird auch MKV Formate abspielen können das ist da dann so ähnlich wie beim Arcos 70 wir haben hier ein paar Netter Widgets von Arcos selbst ja, das hier ist also das Arcos 70 äh, das Arcos 1 als Internet Tablet ganz schnell ein Größenvergleich mit dem Arcos 70 das ist offensichtlich deutlich kleiner und ich werde jetzt das Tablet hier mal genauer testen denn das ist eins der beliebtesten Tablets wenn ich darüber schreibe, klicken sehr viele Leute darauf und deshalb müssen wir uns mal anschauen wie gut dieses Arcos 101 wirklich ist der Eindruck, der erste Eindruck ist aber sehr gut Art Mögen